Ja, und herzlich willkommen zurück zu Slytheraer. So, jetzt könnt ihr auch gleich mal sehen, wie viel ich habe hier an. Oh, oh komm. Ah, will er nicht? Oh, große. Oh, oh komm. Oh, was ist das denn? Da habe ich mich aber echt gut gemeistert, ey. Oh. Alle wollen mich essen. Und ich will sie essen. Oh. Yum, 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 yum. Ah. Also, ich kann euch schon mal sagen, das ist echt nicht einfach, das Spiel. Ich habe es sogar auf dem Handy. So. Mit der Maus zu spielen ist einfacher, komischerweise. Oh. Ihr seht unten links schon mal, wie lang meine Schlange ist. So. Oh. Da wollte mich einer essen, ey. Oder haben wir gesagt, da wäre ich beinahe reingerauscht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pfft. Da konnte ich mich gerade noch retten, ey. Also, wenn der Klei... Also, ich... Es spielt nicht... Es spielt keinem weiter, wie groß man ist. Also, selbst die Kleinen können... Selbst so einen Großen wie mich fertig machen. Oh, komm, komm, komm Dummerweise hat Das auch Negativereigenschaften Wenn ich Speed mache, dann werde ich wieder kürzer Hm So Ah Da bin ich voll in einen Reingerauscht Bevor ich ausweichen konnte Aber ich mache noch mal eine Runde Tausend ist mein Ziel Hm Und ihr seht, ich bin wieder klein So gemein Also man darf das nicht allzu oft machen Sonst hat man die Arschkarte gezogen So, wie gesagt Tausend ist mein Ziel Ah Ey Ich bin doch da rausgewichen, ey Also irgendwie scheint hier Die Reaktionszeit anders zu sein Irgendwo Irgendwie spinnt gerade die Maus Also man versucht auszuweichen, ey So Komm, 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 komm Das ist meiner Okay Noch ein paar Minuten Dann muss ich auch wieder los So klein Würmchen wie mir wird Oh Das ist schon mal Nett gewesen, ey Oh Oh Das ist noch Nein, nein, nein Nein Ah Ausweichen So Ach Da will einer Mich hier verputzen Hier So Oh Wie gesagt Tausend ist mein Ziel Wenn ich wieder dann getroffen werde Ist es egal Weil dann ist die Aufnahme wieder beendet Oh Ah, da konnte er sich noch retten Du meinst es, wenn die Turbo machen und versuchen mich zu essen Naja Also Wann ich die nächste Folge von Slither.io mache Kann ich jetzt nicht sagen Ich werde jetzt Aufnahme beenden Und Verarbeiten Und hochladen Also bis zum nächsten Mal Euer Korg Ganto Bei Slither.io